Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lampstadt zum Latte 2017 Bio und vielleicht erkennt ihr schon, wir sind beim Nachbarn endlich angekommen. Es war ein langer Flug, aber endlich sind wir da. Wir sind jetzt nämlich in Tanneberg angekommen. Die Map ist von Rough Rider. Bei Rough Rider steht auch nochmal, ja ihr seht, das ist keine große, aber eine richtig schöne Map, richtig viel Liebe steckt da drin, das sieht man auch. Und ich freue mich einfach nur, dass wir jetzt hier angekommen sind und ja, das ist das Projekt, also es ist das gleiche Projekt, also Lampstadt zum Latte 2017 Bio, aber jetzt sind wir beim Nachbarn mal. Also es wird keine neue Map, also vielleicht später irgendwann mal, aber momentan ist sie nur sozusagen, um sie anzuspielen und ich würde mich freuen, wenn ihr das toll findet sozusagen. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, wir haben unser Geld mitbekommen, wir haben vom, ja, wie nennen wir den hier mal, ähm, Bernd, unser Helfer heißt ja Bernd, das habe ich glaube ich noch nie erwähnt, ne? Unser Helfer heißt Bernd und Bernd wohnt in Tanneberg und der ist jetzt mal zu uns gekommen hier, also wir sind zu ihm und er hat einen eigenen Hof, richtig schöner Hof geworden, den er hier hat und wir werden ihm jetzt einfach mal helfen hier. Ähm, äh, ja, ich würde sagen, wir legen mal los, wir haben unser Geld, wie schon gesagt, mitgenommen, 3000 von, von Bernd bekommen und wir haben hier erstmal unseren Pickup, dann haben wir hier seinen Trecker, er hat uns hier alles schön beigestellt, er ist nämlich gerade bei uns, wir machen nämlich gerade so eine Art Hoftausch. So, äh, äh, x, haben wir aufklappen, sehr schön, den fahren wir dann hier mal zum Feld, die, auf dieser Map habe ich auch schon mal privat gespielt, deswegen kenne ich mich hier schon so ein bisschen aus, aber ich muss echt sagen, das ist so eine ultra schöne Map, die ist ihm echt sehr gut gelungen und ich, eigentlich ist es viel zu schade in Perspektive zu fahren. Ganz ehrlich, ihr seht hier allein schon, mit wie viel Liebe diese Ballen dahingestellt sind, die sind, die sind einfach, die, also diese, diese Liebe, echt, ich war, also im ersten Moment war ich sprachlos, weil diese Map ist echt schön. Also, so vom Schönheits-Map-Bewerb würde ich sagen, ist das die bis jetzt schönste Map, die ich bis jetzt gespielt habe und ich habe irgendwie 10 oder 12 Maps gespielt. Ja, ich würde sagen, macht euch selber einen Eindruck, also, ich will euch das jetzt nicht einreden, aber, wie gesagt, ich finde sie schön und das ist ja sozusagen die Hauptsache. Aber ihr müsst sie natürlich auch schön finden, ne, so ist es ja nicht, dass ich hier irgendwas spiele, was ihr jetzt nicht so schön findet und wenn ihr mal irgendwie einen Map-Wunsch habt, wo jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Olaf wohnt, das ist unser zweiter Helfer meinetwegen, ähm, dann schreibt es mal in die Kommentare und schreibt aber auch einen Namen daneben, zum Beispiel jetzt, äh, welche Maps gibt's noch, ähm, Sosnovka wohnt Olaf, also, wir können natürlich auch Mod-Maps spielen, als schweres Wort, echt, also, wer sich das ausgedacht hat, das weiß ich auch nicht. Wir werden natürlich auch Mod-Maps spielen und hier werden wir jetzt mal einen Kurs, Curseplay-Kurs machen, äh, einmal Feldarbeit, Feldnummer 1, Arbeitsbreite, die und die, die Staaten im Süd-Ost, so, und fahren Richtung Gewästen, vorgewendig würde ich jetzt nicht sagen, so, den speichern wir einmal unter Drescherfeld 1, hupsala, Feld 1, so, und dann haben wir das auch, weil, hier kommt, oh, ne, hier kommt ja auch, äh, Stroh raus, und deswegen ist es wichtig, dass wir hier, ähm, auch, äh, 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 dass wir hier auch den Kurs einspeichern, damit wir das dann automatisch einsammeln lassen können, so, einmal Helfer hier einstellen, sehr schön, die können wir hier mal ankuppeln, so, ach, die waren schon angekuppelt, und da fährt der Zug vorbei, weil, ihr seht also auch, hier gibt's einen Zug auf der Map, und ich hab den, ah, nee, warte, hier sind wir falsch, ne, hier sind wir jetzt bei den, bei den Tieren, bei den Schweinen, genau, ähm, ihr seht schon, da fährt ein Zug vorbei, und ich hab hier an der Map teilweise ein bisschen was geändert, also, wir haben jetzt zum Beispiel, weil zugestellt hab ich hier jetzt eine, äh, Futtermischanlage und einen Unterstand, also, ich hab teilweise noch ein paar Sachen dazugestellt hier, weil, ich find, die machen das irgendwie ein bisschen schöner, so, einmal hier noch rum, und jetzt einmal hier geradeaus vorbeistoßen, Agravis hier, so, da ist schon unser Drescher, da sehen wir ihn schon, frag mich bitte nicht, was der da jetzt macht, ich kann's euch nicht sagen, oder ist der schon fertig? Ach, nee, er hat auf dem Feld Wänden aktiviert, ne? Äh, äh, Kollege, geht's dir gut? Na gut, ich mach ihn dann nachher halt selber, aber warum macht der jetzt nicht alles? Das frage ich mich hier jetzt gerade, hm, komisch, 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 so, hier seht ihr den Zug, und hier haben wir jetzt einmal, ach, vielleicht soll ich auch Strohoblage aktivieren, ne? so, einmal zurück hier, jetzt kann sie weitermachen, so, nee, warte, jetzt hab ich ja den normalen Helfer eingestellt, stopp, äh, so, jetzt haben wir's aber, oder? ja, nee, irgendwie doch noch nicht so richtig, was geht's denn los mit gerade? Wir müssen da auf diese Spur, so, 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 er fährt mir da irgendwie ein bisschen weit zurecht, zu weit rechts, aber mal gucken, was daraus wird, so, hier haben wir jetzt den Fendt einmal, ähm, ich wollte sagen, den machen wir jetzt auch mal an, und kaufen uns, also verkaufen hier einmal, einen Düngerstreuer, so, beim Shop, dann könnt ihr den Weg nämlich auch gleich mal sehen, ach, genau, und hier seht ihr schon, dass ich, hier, ähm, Kurse gemacht habe, weil ich hier auch privat spiele, und jetzt können wir hier nämlich Hof, Shop einstellen, aber ich möchte ehrlich gesagt jetzt nochmal selber fahren, und wir fahren hier jetzt mal den Schleichweg, der ist nämlich hier links rein, der ist nur für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche, äh, für forstwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen verkehrfrei, so heißt es genau, und hier haben wir ein Maisfeld, da würde ich auch eigentlich gerne sagen, dass wir das hier direkt kaufen, weil es nämlich schön groß ist, so, hier fahren wir einmal rechts rüber, so, und hier einmal links rein dann, so, und dann können wir uns hier auch gleich einen Häcksler kaufen, so, oh, einmal hier abkoppeln, so, und einmal aussteigen, ich glaube, das Radio ist ein bisschen laut, ne, so, machen wir es mal ein bisschen leiser, so, hier einmal verkaufen, genau, und jetzt kaufen wir uns hier mal, äh, äh, Kipper, ich habe hier auch jetzt noch mehr Mods drauf als sonst, komm, hier sind nämlich noch andere Größen vom Yoskin, da die Maps ziemlich verwinkelt ist, würde ich sagen, nehmen wir mal so eine hier, Design, Ladebordwand, ja, komm, und Breitreifen, natürlich, das muss sein, also, Breitreifen müssen sein, so, und dann würde ich noch sagen, dass wir uns jetzt den Feldhexler hier kaufen, und so würde ich echt gerne mal den, den, ähm, Klaas hier ausprobieren, gucken, was verändert sich da alles, ne, ist zu teuer, 215.000 kostet der, so, und jetzt noch einmal hier für den Klaas 800, äh, äh, hier den Hexler, genau, Moment, der kann auch, genau, der kann auch hopfen und so, okay, sehr schön, so, den haben wir auch, jetzt ist natürlich eine gute Frage, wie wir hier jetzt, äh, so, wie wir hier jetzt, das Feld kaufen mit welchem Geld, deswegen werden wir hier gleich erstmal zum Silo fahren, und ein paar Sachen wegfahren, ja, der kann hier aber schon mal ankoppeln, und direkt hier dann stehen bleiben, ja, komm, fahren wir noch nach hinten, weil da ja, dass dieses Schild ist, so, 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 upsala, sind wir schon zweit gefahren, jetzt stellen wir schon mal hier bereit, jetzt stehe ich hier natürlich, drauf, mal gucken, wie viel wir da dafür haben, 189.000, okay, das kriegen wir wohl gewirtschaftet, so, 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 und der Bernd hat hier noch gar nicht alle Goldnuggets eingesammelt, sehe ich gerade, da können wir auch mal ein paar einsammeln, weil dann kommen wir ja auch wieder zu Geld, so, so, Weizen ist voll, okay, den kann man mit dem hier wahrscheinlich nicht abtanken, na, wird das noch was, ach ne, ich glaube, ich sehe es nicht zu schräg, ne, so, mit dem fahren wir dann jetzt einmal nochmal nach Hause, und verkaufen hier so ein paar Sachen, damit wir wieder zu Geld kommen, oh, oh, ei, ei, da komme ich jetzt wohl nicht mehr rum, ne, doch, sehr schön, dann fahren wir den Weg nochmal zurück in der In-Perspektive, so, hier nochmal blinken, ja, super, so, blinken jetzt immer noch, ja, der Blinker kann aber wieder rein, denn hier ist ja ein Privatweg sozusagen, hier ist noch ein schöner Förster-Unterstand, und hier jetzt einmal nach rechts, so, und hier einmal nach links, so, oh, ne, hier noch nicht nach rechts, sondern ein, dann nach, jetzt hier nach, ach, hier muss ich ja gar nicht mehr blinken, so, genau, und hier dann einmal beladen lassen, mit Füllung starten, einmal hier mit, äh, so, hier brauchen wir Raps, Weizen, brauchen wir Gäste, brauchen wir Raps, machen wir uns mal mit Raps das Ganze, so, und den können wir dann hier noch einmal wegfahren, und ich würde sagen, ach so, wir können den Drescher ja mal abtanken gerade, wenn wir schon mal dabei sind, ne, so, das war falsch, so, das wollte ich, na, wo ist er, da steht er, okay, da kann der Trecker leider nicht stehen bleiben, sonst steht er im Weg, oh, Mann, da hat er ordentlich was verschüttelt, so, und das Geld, was wir hier ausgehen, geben wir aber nicht in unserem privaten, also in dem sozusagen, in dem anderem Spielplan, auf der Gold-Tress-Wally ab, sondern, das ist jetzt nur für diesen Spielstand hier so, ja, bleibt doch stehen, Kollege, sonst wirst du doch nicht alle, ähm, wie gesagt, das ist nur hier, das ist sozusagen das Geld von Bernd, und wir werden ja auch gleich noch ein paar Maschinen und so verkaufen, also das wird alles wieder, da macht euch mal keine Gedanken, aber ich glaube, warte, was steht denn da unter der, ah, das ist ja, das ist ja genial jetzt, da sieht man nämlich, wie viel Prozent der Drescher hat, der einen gerade betankt, glaube ich, glaube ich, also wie gesagt, bin mir nicht sicher, so, den hier können wir jetzt einmal wegfahren lassen, die gute Frage ist, wohin, ne, wohin lassen wir den fahren, ach komm, Goldnagels sammeln wir nicht, das lohnt sich jetzt, wie diese zehn Folgen, oder was das ist, oder fünf Folgen, was sich darauf sein wird, nicht, so, wo fahren wir hin, das ist eine gute Frage, ich würde sagen, diese Frage beantworten wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir spielen hier den Landwirtschafts- im Laden 2017 beim Nachbarn, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis zum nächsten Mal, euer Jan.